Willkommen. Heute Samstag. Heute Happy Burpee Day. Also heute ist die Einheit mal wieder ein bisschen Power geben. Jetzt haben wir gestern beim Joggen, ja dann war den und heute machen wir noch so Kraftausdauer und der Burpee ist eben die klassische Übung, die kann jeder machen, die kann man überall machen und jetzt kommt die Plank dabei, Bauch, Rücken, Stabi, also besser geht's nicht, geht das nicht so. So, gut, ich hoffe meine Haare liegen und ich sehe auf den Videos immer gut aus, meine Stimme wird ja auch besser. Ich hoffe ihr seid alle gesund und noch alle motiviert und jetzt nicht nachlassen in der nächsten Zeit, sondern es muss weitergehen, kommt. Also jetzt nicht irgendwie in Trauer verfallen, weiter geht's. Also Burpee, Ganzkörperübung, Level 1 30 Sekunden, Level 2 60, Level 3 90 Sekunden Burpee. 2 bis 6 Sätze. Ihr könnt auch mehr machen, keine Frage. Ich will immer, dass die Anfänger nicht sich überfordern und die Profis, die können mal voll an raushauen. Dass man sagt, jawohl, heute mache ich mal All Out, so nennt man das im Sport. All Out, dann gebe ich mal alles und zeige mal, was ich kann. Bei den Anfängern bin ich da eher skeptisch, die sollen vorsichtig arbeiten. Wenn jemand aber fit ist und sich gesund fühlt, dann kann man sagen, komm, heute, dann gebe ich mir mal richtig Gas, volles Programm. Also All Out. Ich mache den Burpee vor. Hierbei ist mir wichtig, das Aufsetzen der Hände. Also springt nicht runter, sondern setzt die Hände auf. Das tut sonst nur in den Handgelenken auf Dauer weh. Aber jetzt wird das dynamisch. Tack, 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 tack und hopp. Jawohl. 30 bis 90 Sekunden. Direkt nach dem Burpee. Ich hatte es gut, ich mache heute nur einen vor. Direkt nach dem Burpee in die Plank reingehen. Halten. Gerade halten. Spannung halten. Wartet nochmal. Ich mache mal mein T-Shirt rein, damit man sieht, dass ich in der Zeit auch echt mega trainiert habe. So, und also jetzt hier halten, auch 30 Sekunden. Einatmen, ausatmen. Keine Pressatmung. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Nach oben kommen, nach 30, 60 Sekunden und der Burpee geht wieder los. Das Ganze zwei bis sechs Mal, volles Rohr. Das Team Atlantis und ich wünschen euch frohe Ostern. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund und passt auf alle anderen auf. Bis dahin, der Andi.